Und wir sehen das nur zwei Gegner und sind total leicht zu besiegen, weil Es hat wirklich nichts schwieriges hinter dem Latschen, ein paar mal angegriffen, fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin immer schneller down, das merkt man, dass Level up was bringt. Ich bin immer schneller, das merkt man. Okay, es wird immer schneller. Aber lieber so, als sich den Bosskampf ausquälen. Ich meine, ich mache jetzt schon 860 Schaden oder so bei denen. Und das heißt, ich mache halt auch bei ihm mehr Schaden. Und irgendwann steigt die Verteidigung, weiß ich nicht. Oh Gott, das sind viele Fahnen. Ich glaube, ich komme damit nicht dahin. Ich glaube, das Spiel würde mir damit sagen, jetzt ist genug. Na gut, immerhin 8 Level ups. Immerhin 8 Level ups gefarmt. Das ist doch schon mal was. Push, 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 push. Okay, ich mache richtig viel Schaden. Ich glaube, das ist doch schon mal was. und macht diese attacke die genau nein das ist von der animation noch eine andere die geht länger oh verdammt das ist schon mal gut kommt bevor kommt spiel das nicht vorstellen danke ist irgendwie seltsam mal spiel davor meine ich man muss da irgendwie mal die taste smash und bis er dann irgendwo dann das macht und dann muss man die taste halten irgendwie seltsam eigentlich kam die vorspulen eingebaut weil sonst wird das spiel echt nervig ich will die tür öffnen ich hasse das spiel es geht dann weg oh Gott mag ich viel schaden an dem schild komm, wirf sie komm wirf gib mir nicht jetzt kann ich wieder vorspulen es ist irgendwie seltsam es ist ein flaschmann ich würde dich versuchen zu kämpfen jetzt zu kämpfen du wirst du mich 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 auch ich verruf du rechts du欁 läut du wie du Track 0 0 0 0 0 0 Ich hätte gerne in die Barriere, man kann nicht mehr angreifen so viel wie ich will. Ah, hier ist das Katton. Danke! Zane! Zankarack ist außerhalb, wie du denkst. Es muss jetzt sein oder nie sein. Zankarack! Ich hab ihn mit dem Auslande nicht benutzt, um zu schüttern. Ich habe ihn mit dem Auslande zu schützen. Ich habe ihn mit dem Auslande zu schützen. Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was sind die Rache? Was ist das? Was sind die力 und das? Was ist das? Augenblick, jetzt. Ich sage dir alles. Zangarach hat mir gesagt. Zangarach hat dir gesagt? Dann... du bist derjenige mit den Grech. Warum? Na welches Grund? To achieve our dream. Didn't we always say how we wanted to live a decent life? To become something more than dogs of war to be used and thrown aside. You've got one hell of a way of doing it. I thought we were friends. I'll recreate this world. Do that and we'll have no fear of war, death, anything. Ich kann mich grad nicht bewegen. Wir müssen ihm folgen, sonst geht der Spiel ja nicht weiter. So, Daggerin, alles, was wir zusammen gemacht haben, alles bis jetzt, war es alles so, dass du den Macht von den zwei Outsiders hast? Das stimmt. Wir kommen zu Lassilis, mit Zangarak, die Invasion des Garak-Kontinenten, alles. Es war alles für diesen Moment. Obwohl ich eine oder zwei Verwaltungen gemacht habe. Und ich glaube, du warst auch den General Astar. Ja, du warst wirklich mit meinen Planen. Daggerin! Warum? Es war kein Problem. Es war kein Problem. Es war kein Problem. Es war kein Problem. Ich kann mich immer noch daran erinnern, den Tag der Krieg im Imperium kam und schluchte meine Leben ab. Die Nachtsale. Sie standen da, als sie mich verletzten, als sie meine Familie verletzten, direkt vor meinen Augen. Daggerin, ich weiß das. Aber das bedeutet nicht, dass du... Ich hatte meine Revenge. Also habe ich nach oben und schluchte, für irgendwelche Informationen. Und dann habe ich herausgestellt, wer die Armee verletzten, die meine Familie verletzten. Es war ein Mann named Astar. Nein! Er ist nicht anders als die anderen. Es sind die Verletzten, die alles aus uns genommen haben. Ich habe immer darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, dass ich alles zurückgebracht habe. richtig, Zahle? Und das, ich brauche das. Vorrata, das Unmähnete Macht, das erhältst. Du siehst, Ich habe dich und alle anderen als Päuern geholfen. Ich habe keine Revenge für mich. Ich habe keine Rückmärkung. Aber ich werde sagen, dann werde ich eine Sache sagen. Wir sehen uns wieder an alles. Wir hatten ein paar kurze Zeit. All meine Leben, du bist derjenige, der ich aufhörte. Derjenige, der dir gezeigt hat. Der Soundtrick ist mal wieder sehr gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ah, ha ha, now it's getting interesting. Only the bearer of the outsider's mark will provide such amusement. But I will still crush your hopes and dreams with my power. There I go! There I go! There I go! Das war's für heute. Unsere Weapons und Magik sind nicht sinnvoll. Was tun wir jetzt? Oh, diese Barriere schlägt alles, was wir uns anbauen. Wir müssen diese Barriere nach unten. Ihr müsst alle die Barriere attacken. Kalista und ich werden dich unterstützen. Natürlich. Oh, Katze. Die Barriere ist zu weit entfernt. Zehl, du musst etwas machen. Zeit. Zehl, ich brauche Zeit. Ich zeige dir meine wahrheit. Was? Jürich! Du bist okay! Nicht über mich über mich. Ich kann jetzt die Kraft kontrollieren. Und ich habe keine Regeln. Zehl, gib mir die Ordnung. Ich werde dich abholen. Oh, Knall. Oh, Knall. Zehl, die Barriere ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Jürich, das ist großartig. Well done. Cheers. Es war nicht einfach so großartig. Ich werde mich nicht zurückkehren. Ich verstehe die Reichweite. Ich bin nicht immer wiederum. Ich bin nicht mehríben. Ich bin nicht gelaufen. Ich bin nicht weit entfernt. Wir sind nicht der response. Genau. Ich bin einer Einfach um Ende. Ich weiß nicht, was ich richtig? Wenn du noch nicht genug hast, ich bin sicher, dass du gut bist. Du bist richtig. Wir müssen das Ende enden. Wir müssen das Ende enden. Ja. Keine Entfernung. Konzentrieren, bis wir ihn verabschieden haben. Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass du so viel Macht hast. Aber es ist egal. Du könntest noch nicht verabschieden, mein Mann. Was bedeutet das? Ihr Körper wird immer rejuveniert. Was das bedeutet? Verrückt. Als lange dein Freund leben, nichts wird verändern. Ich bin Immortal! Ich werde niemals sterben! Nein! Nein! Verdammt! Es ist pure Freude zu sehen, dass die Menschen mit dieser Gefahr trinken. Ha 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 ha! Zell, was können wir tun über Dagran? Ich habe keine Wahl. Das ist nicht leicht. Dagran, nicht mir das machen. Ich will dich zu retten. Aber wenn du dich zerstört alles, was wir haben, bist du mein Enem! Was soll ich jetzt machen? Ok, jetzt ist die Musik ein bisschen komisch. Was soll ich nicht töten lassen? Was soll ich nicht töten lassen? Bin ich hier, oder? Nein! Dann... Hä? Jetzt verstehe ich nichts. Hier ist Google My Codes. Hier ist Google My Codes. Ops! Los! Ah! Huuuum! Letzter Boss. Vermute ich mal. Ja. Ok. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.